3. April 2019 15.49 Uhr Fehlverhalten der Fans 9.000 Euro Strafe für Darmstadt Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB hat die Zweitligisten Darmstadt 98, SPVGG, Gräuter Fürth 1. FC Magdeburg und Jan Regensburg mit Geldstrafen belegt Darmstadt muss 9.000 Euro zahlen, Gräuter Fürth 5.400, Magdeburg 2.000 und Regensburg 600 Euro In allen Fällen ging es um das Fehlverhalten der Fans Die Vereine haben die jeweiligen Urteile akzeptiert Die 24.000 Euro Wizards